Na, Payne ist wieder da. Ihr kennt es. Neue Folge. Von der MFA-Leiter. Azubi immer noch im Urlaub. Dauert noch ein bisschen. Ja. Na klar bin ich bereit. Ich freue mich richtig. Kommt. Gibt es irgendwas an der Tafel? Ja. Schmuggler. Zurdachung ist nochmal 20 QG. Alles klar. Merke ich mir sowieso nicht. Aber ist egal. Ich finde sowieso irgendwas. Wunderschön. Du kommst aber dennoch raus. Ja. Sehr schön. Das ist gut, dass er schon mal auf dich hört. Aber ich brauche nie eigentlich mehr. Die können so freundlich sein. Du findest trotzdem was. So, Kennzeichen. Ein Mokar. Eins nur. Okay. Das ist okay. Reicht so. Aber okay. Nein. Ja. Achso. Falls ihr es vergessen habt. Toiletten. Ne. Angebot. 90 Euro auf 89 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Sie hast hier irgendwo reingeschissen. Okay. Pablo. Tu mir einen Gefallen. Mach deinen Job. Sehr schön. Ist noch irgendwas hier hinten drin. Ja. Taschen. Dicke Taschen. Mach einfach. Ja. Das ist sehr. Also. Ich glaube der hat nichts versteckt. Der sagt. Ich soll meinen Job machen. Was brauche ich denen nicht. Ich weiß es nicht. Wieso. Hier habe ich mich schon. Nicht enttäuscht. So. Alles einmal aufschreiben. So. Pablo. Aber rein. Leid. Natürlich Genosse. Es läuft gut. Es läuft gut. So. Positiv. Hast du das alles eingetragen. Die Pegaste nur. Habe ich mich irgendwie. Ganz wenig oder was. Habe ich alles aufgeschrieben. Was. Irgendwie. Ich weiß nicht ob ich dich so verfahren darf. Fahren lassen darf. Hallo. Ad maduro. So. Warte. Du hast sechs Gepäck. Du hast aber nur fünf dabei. Impfausweis. Ich hoffe du hast einmal mit deinem Gewicht übertrieben. Bitte. Ich würde euch eigentlich nicht zu fahren lassen. Ja. Ich darf dich nicht fahren lassen. Es tut mir leid. Grund. Erst ist das. Und das ja. Tut mir leid. Du warst sehr nett. Ne. Gebe ich zu. Aber ich lasse ich dich trotzdem fahren. Ja. Es tut mir leid. Ne. Nächster. 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 Beeil dich. Ne. Ich bin zu fies. Darf ich nicht sein. Ich arbeite bei Lidl. Als Filialeiter. Ein wunderschön. So. Was ist denn mit? Ja. Also wir verkaufen auch Ziegen. Falls ihr das noch nicht wusstet. Ne. Sehr gut. Krieg da mal gut mit. Wir haben nur 6. 3. 8. 4. Y. Warum bringst du deinen Impfausweis mal? Oh. Jetzt haben wir mal 70. Ich werde mal kurz sehen. Könnten Sie einmal kurz aufsteigen? Ja. Sehr schön. Ja. Hau ab. Vorher habe ich noch nicht geguckt, ne? Mhm. So. 3,7. Ja. Dürfte es eigentlich fahren, ne? Also ich habe jetzt nichts gesehen. Auf Wiedersehen. Nächster. Wo sind die Plottenwein auf jeden Fall? Vorne. So. Das war ja schon der Letzte, oder was? Der hinten. Bitte? Schon längst. Wusste ich's auch. Ist egal. Kann ich mir mal leisten. Das geht nicht, ja? Also auf jeden Fall. Du hast einen kaputten Reifen. Eingesprungen. Eingesprungenen Scheinwerfer. Ist er noch irgendwas? Hobbys? Oder ist er irgendwas Illegales dabei? Die muss ich jetzt nicht mitnehmen. Handlung stinkt ich immer noch. Ich habe es verfermt drauf. Aber hey. Ein bisschen Romantik. Alter, alter. Ich will mich hier draus. Ja. Nee. Ich lasse es lieber. Ich verschwind meine Zeit mal. Was ist denn los mit ihnen? Sie kommen noch hierher und wollen in meinen Lidl. In meinen. Ja. Ich habe die anderen Sachen nicht vergessen. Was? Ich nehme ein bisschen. Ich habe das. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? 3 3 König nach der Ecke So Poto und Herzliches Gewicht, aber da ist doch noch einer dazu gekommen 1,5 Oha, da hast du aber Glück gehabt Da hast du aber Glück gehabt So, dann fahren wir weiter jetzt, man Nächster Ist es richtig? Ja, als Erste Ist es nicht ein bisschen eng als 1,90 Typ in so einer kleinen Kerle Springen Schallenwerfer Ja Hier ist schon zu eng, ja Gehen sie mal wieder weg Gehen sie mal wieder weg Impfausweis, ihr kriegt schlechte Laune wegen euch So So Königreich Ecke Ist alles eigentlich richtig Nein Nein, ich habe falsch gemacht Ja Sehr schön Wollen wir einmal kurz gucken Ob hier irgendwas drin ist Was Hast du gut aufgeschrieben, ne? So, Pablo Ja, wieder rein Perfekt So Du hast eigentlich jetzt nichts gemacht, ne? Kannst weiterfahren, aber hast du vielleicht Gewicht überschritten oder so? Ich hoffe für dich Schade Ja Kannst weiterfahren Ist alles ok Ist alles ok Ach wiedersehen Noch einer Doch man, ey Ich brauche meinen Azubi wieder Ich brauche meinen Azubi wieder Guten Morgen, hast du ihn nach draußen gehört? Oba Niemals Probleme Niemals Niemals Ne Das war nur Ja Alter Weri Nee Folkiger Pole Da will ich mir was verkaufen Ich nehme das alles raus Ich will wissen, was du alles in meinen Laden reinbringen willst Oh, du musst auch nicht so gucken Ja Was ist jetzt hier? Nein, dann sagt man L Passt nochmal so, du siehst richtig creepy aus Ist egal, ne? Mensch ist Mensch Tja Da, gut Ähm Ja Ist hier irgendwas drin Da Ist hier irgendwas drin Alles ausgeschrieben also ich habe bis jetzt nichts gefunden alles cool gucken wie viel das ding liegt das auch weiterfahren ausnahmsweise so jetzt fahr weg wieder ordentlich cash man sieht es dabei gleich die fünf ich hoffe der hat irgendwas drinnen fertig nein welchen nicht ich habe ein eigenes geschäft wahrscheinlich nicht ihre zeit sie verschwinden meine zeit haben sie mich verstanden jetzt gibt es gleich einen plattreif für sie und er wird nicht bezahlt bei mir so, pablo, muss ich es wieder rein bringen er hat nichts gemacht bis jetzt aber er ist irgendwie auffällig ich weiß es nicht wieso 3-2 hast du das so mit? 3-2 darf ich nicht naja, einreise stimmt auf jeden fall nicht die richter ist glaube ich auch übertrieben auch nicht tut mir leid, so darf ich nicht nicht weiterfahren lassen also fand ich vorbei ja, ich weiß, tut mir leid ich habe keine Munition mehr, du Arsch ich habe ein bisschen geguckt, ob der Reifen noch funktioniert so, tschüss auch richtig an? hab ich doch ich habe das eingetragen ach, ist egal ist egal war wieder ein ruhiger Tag keiner ist abgehauen kein festgenommen sogar das ist bis jetzt glaube ich nicht einmal passiert das wird sich nochmal hören und haut rein viel spaß tschüss 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 tschüss